. 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 Er hat etwas erzählt an einem Tanka-Mohler, einem total eingefleisteren Buddhisten, einen Befreundeten, und er durfte lachen und sagte, das sei auch irgendeine tantrische Übung von diesem Monk. Ich muss sagen, die verstehe ich auch nicht so. Der ein Gedicht beiträgt. Signal! Auf der Fluh steht einer und schwingt eine Fackel hin und her, dass die Nacht sich erhält für flüchtige Zeit mit Funken von Rot. Die Fackel bin ich, der sie schwingt, ist der Puff. Hast du mich gefragt, warum? Gerne. Gut, ich denke, wer sich mit dem Tod nie beschäftigt, der lebt gar nicht. Und ich habe mich von Anfang an, so weit wie man zurück erinnern, mit dem Tod beschäftigt. Das hier ist ein altes Gedicht, aber ich habe es mit 20 Jahren geschrieben. Ich habe immer gerne über das ganze Leben nachgedacht, dann gehört der Tod einfach dazu. Es hat vielleicht auch eine Rolle gespielt, dass ich als Kind sehr schwer krank hatte, wo ich eigentlich erst nachher gemerkt habe, dass ich zu den Überlebenden gehört habe von dieser Krankheit. Gibt es das Gute? Die Frage zu, gibt es das Böse? Das ist eine Nächste. Wenn ich nicht mehr lachen kann, dann sterbe ich. Ich habe keine Angst vor dem Tod, aber ich möchte trotzdem nicht sterben. Mein Leben kommt mir manchmal vor wie ein Film. Was ich alles erlebt habe, ist kaum zu fassen. Ich glaube, wenn du auf die Welt kommst, kriegst du ein Drehbuch. Und Mann, dann machst du etwas daraus. Ich habe wohl einen etwas komischen Regisseur. Einer der sagt, hör mal Alte, jetzt musst du dies, jetzt musst du jenes. Dass ich bald 100 Jahre alt bin, ist mir die meiste Zeit gar nicht bewusst. Aber wenn morgen mein allerletzter Tag wäre, dann würde ich jetzt mein ganzes Geld abheben und ein riesen Fest machen. Ich hätte dermassen einen Hocken, dass ich, wenn ich dann am nächsten Morgen gehen müsste, gar nicht nüchtern wäre. Dann gehe ich mit Champagner auf der Welt. Wir haben einen langen gemeinsamen Vergangenheit. Wir haben schon mehrere Fernsehsendungen miteinander gemacht. Wie wird man? Noch niemals hunderte. Ja, warte jetzt mal. Wie alt bist du? 99. Schrei mich nicht an. Wie wird man 1990? Wie macht man das? Ich denke mal ungesund lebt. Ich habe alles gemacht, was eigentlich ungesund ist. Ausser geraucht. Und ja. Applaus Jetzt sehen wir mal allein, haben Sie denen das Erkenntnis erzählen? Ja, das ist so. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Das ist so. Das ist so. Vielen Dank.